Wir machen eine ganz kleine Pause. Die Musiker werden sich vorbereiten. Franzi, Cenab und Camilla haben für heute etwas vorbereitet. Sie möchten uns gerne gleich etwas vortragen. Und dazu müssen wir kurz die Anlage einstellen und so weiter. Und bevor sie uns ganz erfrieren heute, machen wir mal ein bisschen Vorrang. Tschüss! Hey, das geht nicht. Das geht ja. Wir sind eins. Es gibt nichts, das uns teilt. Wir sind alle gleich und du bist nicht allein. Wir sind eins für den Frieden vereint. Wir sind alle gleich und du bist nicht allein. Die Idee von einer besseren Welt passt nicht ins System. Es zählt nur das Geld. Ruf nach Freiheit und Demokratie ist gerade so wichtig, jetzt oder nie. Wir sind eins. Es gibt nichts, das uns teilt. Wir sind alle gleich und du bist nicht allein. Wir sind eins für den Frieden vereint. Wir sind alle gleich und du bist nicht allein. Es ist Zeit, das Blatt zu setzen, die Macht der Konzerne zu beenden. Wenn ihr auch kein Licht mehr seht, leitet das Herz euch den Weg. Wir sind eins. Es gibt nichts, das uns teilt. Wir sind alle gleich und du bist nicht allein. Wir sind eins für den Frieden vereint. Wir sind alle gleich und du bist nicht allein. Sucht nicht im Außen, findet nach innen. Erhebt für den Frieden eure Stimmen. Wunder des Lebens von Energie. Für unsere Kinder, jetzt oder nie. Wir sind eins. Es gibt nichts, das uns teilt. Wir sind alle gleich und du bist nicht allein. Wir sind eins für den Frieden vereint. Wir sind alle gleich und du bist nicht allein. So, wir sind im dies Mikro. Also nochmal einen riesen Applaus für Fatih. Vielen Dank.